Hallo! Ich habe Angst. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum ersten Adventskalendertürchen. Ja, doch, ich versuche das jetzt mal durchzuziehen mit dem Adventskalender, dass ich 24 kleine Mini-Folgen mache, so von 5 Minuten Länge, in denen ich einfach random Spiele spiele, die ich irgendwo im Internet oder auf meinem Computer noch finde. Und heute und auch in ein paar anderen Tagen, also das erste Adventskalendertürchen wird jetzt heute superhexagon und an ein paar anderen Tagen werde ich dann den Rest für euch so zusammenschneiden. Ja, spielen wir dieses wunderbare Spiel hier und ihr habt Leute dabei beobachtet, wie sie es spielen und diese Leute hatten Skill und ich habe keinen Skill. Aber egal, ich mache jetzt mal Start-Game. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding geht. Das wird wahrscheinlich für mich so ein Rage-Game werden. Okay, okay, ich kann Sachen tun. Complete Hexagon to Unlock. Okay, okay. Ich kann hier so hin und... Hardest. No! Wo ist das Leichteste? Das ist schon Hard. Ich will das Leichte. Hardest, Harder, Hard. Ich will was Leichtes! Okay, Menü. Gibt es irgendwo eine Dummy-Option? Nein. Ja, dann... Go! Was muss ich machen? Wo muss ich hin? Ah! Okay. Noch geht es mir gut. Alles ist gut. Ach, ich kann es auch nicht voll reden. Oh mein Gott. Wir werden sterben, wir werden sterben. Okay. Alles ist noch gut. Alles ist gut. Ah! Ah! Hilfe! Game over. Scheiße! Oh Gott! Oh Gott! Ich hatte dieses Spiel jetzt schon! Ah! 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 Oh Gott, was tue ich mir hier an? Kann ich das auch mit LASD machen? Äh, ich werde da jetzt Pro drin. Fuck you! So, so. Alles wird gut. Ihr habt schon mal zwei geschafft. Vielleicht muss man einfach mitgrooven. Fuck! Okay, aber ich schaff schon mehr. Game over. Again. Whiii! Game over. Hm. Game over. Damn you! Game over. Okay, aber ich glaube, ich krieg's langsam raus. Ich muss mich nur konzentrieren und nicht so blöd rumschreien. Mist, da bin ich noch zu langsam für. Game over. Again. 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 Das ist übrigens heute mit Facecam, weil ich wusste, dass ich mich konzentrieren muss. Und nicht viel reden werde, außer Fluchen. Oh Gott. Das ist wahr. Nein! Damn you. Ich habe dich. Okay jetzt mal. Game over. Begin. Game over. Begin Immer. Game over. Game over. Begin. Ups. Ah, hör auf dich zu schnell zu bewegen! Ich dachte, der springt immer nur zwischen den einzelnen hin und her, aber der bewegt sich ja frei. Okay, sobald so ein Fünfer kommt, bin ich eigentlich am Arsch. Aber egal. Ich dachte, ich war drüben. Okay, diesmal wird alles anders. Ja, ich werde noch schneller verlieren. Wow! Holy shit, was ist das? Game over. Ich habe einen Rekord.